Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer auf den Tribünen und vor den Bildschirmen. Die Haushaltsberatungen sind vorüber und nun heißt es, über das Ergebnis abzustimmen. Aus Sicht der Alternative für Deutschland ist das Ergebnis nicht zufriedenstellend. Herr Minister Seehofer, mit der Einrichtung der Abteilung Heimat und den dafür vorgesehenen 98 Planstellen wollten Sie am Anfang Ihrer Regierung über Begriffe wie Zusammenhalt, Zusammengehörigkeit und Heimat neu nachdenken. Das Bild, welches die Regierung in den ersten Monaten jedoch ergab, hatte ganz und gar nichts mit Zusammengehörigkeit und Zusammenhalt zu tun. Andauernder Streit über Ankerzentren, Zurückweisungen an den Grenzen, Beförderung oder Ruhestand waren die öffentliche Wahrnehmung. Herr Minister, auch Sie haben einen erheblichen Anteil daran gehabt und zum Teil mit Ihrem Verhalten dem Ansehen des Ministeriums des Inneren Heimat und Bau geschadet. Ob nach den Wahlergebnissen in Hessen und Bayern ein Weiter-so sinnvoll ist, muss jeder Verantwortliche selbst entscheiden. In den Haushaltsberatungen haben Sie, Herr Minister, die Ausstattung der Bundespolizei als auskömmlich bezeichnet. Die sehen wir ein wenig anders. Die Ausgaben für 2019 steigen gegenüber dem ersten Regierungsentwurf um weitere 800 Millionen Euro auf fast 16 Milliarden Euro an. Dies ist schon ein sehr hoher Aufwuchs. Aber die Prioritäten bei den Haushaltsausgaben müssen richtig gesetzt werden. Das heißt für uns, unsere Sicherheitskräfte im Polizeibereich schon heute zu entlasten und nicht erst mittelfristig. Die derzeitige Personalsituation bei unserer Bundespolizei bleibt weiterhin nicht auskömmlich und die Überstundenbelastung bleibt hoch. Ging die Kriminalstatistik 2017 noch von sinkenden Straftaten aus, zeichnet sich bereits heute für 2018 ein anderes Bild. Die Einführung der neuen modularen Schutzweste geht uns zu langsam voran. Es besteht mehr Bedarf bei der Anschaffung von Einsatzschutzhelmen, Atemschutzmasken, leichtem Körperschutz sowie Einsatzmitteln für die BFE-Plus-Kräfte. Insgesamt Mehrkosten von 26 Millionen Euro. An dieser Stelle ist es mir unverständlich, wie es sein kann, in einem fast 16 Milliarden Euro umfassenden Haushalt den körperlichen Schutz unserer Beamten und ihre technische Ausstattung nicht stärker zu gewichten. Sie selbst, Herr Minister, haben mehrfach auf die anhaltend hohe Gefährdungslage hingewiesen. Ich kann mir viele Stellen im Einzelplan vorstellen, wo wir diese notwendigen Mittel für unsere Bundespolizei umschichten können, um ihr Ziel einer auskömmlichen Polizeiausstattung auch in der Realität zu erreichen. Außerdem ist es nicht auskömmlich, wenn der neu eingeführte Digitalfunk innerhalb von Gebäuden ausfällt oder gar nicht funktioniert. Denn auch das gefährdet die Sicherheit unserer Polizisten. Auf der anderen Seite freut es mich jedoch, dass die Koalition in der Haushaltsbereinigungssitzung zumindest in die gleiche Richtung unseres Antrags gegangen ist, indem sie die Mittel für die Fahrzeugbeschaffung bei den Bereitschaftspolizeien der Länder um 16 Millionen Euro aufgestockt hat. Damit bleibt die Koalition zwar 4 Millionen Euro unter der Forderung der AfD, aber wir erkennen ihren guten Willen ausdrücklich an, Vorschläge und Alternativen der AfD aufzugreifen. Ebenso ist es richtig, unserem Antrag zu folgen und die Schießanlage des BKA in Wiesbaden endlich zu reparieren. Und abschließend noch ein Wort zur auskömmlichen Ausstattung bei den politischen Stiftungen. Da wundert es schon, dass das Bundesfinanzministerium in seiner Bereinigungsvorlage in die politische Initiative geht und die Globalzuschüsse der Stiftungen um 16 Millionen Euro erhöhen will. Begründung der Vorlage? Null. Begründung im Haushaltsausschuss, wie der Mittelbedarf zustande kommt? Null. Die auskömmliche Mittelausstattung der Stiftungen bleibt ein intransparenter Prozess, an dem nur die mitwirken, die von ihren eigenen Entscheidungen profitieren. Meine Damen und Herren, dieser Vorgang tut unserer Demokratie keinen Gefallen und beschädigt ihr parlamentarisches Ansehen. Insgesamt lehnt die AfD den vorgelegten Haushaltsentwurf ab. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.